Der Wandel um uns herum wird immer intensiver. Alles verändert sich, nichts bleibt gleich. Die Werte in der Gesellschaft verschieben sich. Die demografische Entwicklung sorgt dafür, dass Märkte sich wandeln und die digitale Revolution hat gerade erst begonnen, unseren kompletten Alltag auf den Kopf zu stellen. Mit den Rezepten der Vergangenheit werden die Herausforderungen der Zukunft nicht zu meistern sein. Ich möchte eine meiner tiefsten Überzeugungen mit Ihnen teilen. Der persönliche Umgang mit Veränderung wird die wichtigste Schlüsselkompetenz der Zukunft sein. Mein Name ist Ilja Greschkowitz und genau an dieser Stelle setzt meine Arbeit als Keynote-Speaker, Buchautor und Change-Coach an. Denn mein ganzes Leben lang begleitet mich eine Frage. Wie gelingt Veränderung? Was sind die wichtigsten Faktoren, um neue Wege nicht als Bedrohung zu betrachten, sondern als große Chance, als wunderbare Möglichkeit besser zu werden? Wie schafft man es, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen und Veränderungen langfristig umzusetzen? Als ehemaliger Geschäftsführer im Einzelhandel weiß ich, wovon ich spreche. Nicht nur ist das Thema Veränderung der rote Faden meines Lebens, sondern jeden Tag aufs Neue lege ich mein ganzes Herzblut in meine Vorträge, meine Bücher und meine Coachings. Viele meiner Kunden sagen, dass ich positiv besessen bin, denn ich glaube mit jeder Faser meines Körpers daran, dass Veränderungen riesige Chancen bieten, wenn wir offen genug sind, sie zu erkennen und vor allem zu nutzen. Veränderung wird immer dann einfach, wenn wir Veränderung einfach machen. In jedem Einzelnen von uns steckt so viel mehr, als wir uns das manchmal selber einreden. Veränderung ist nicht das, was da draußen passiert, sondern immer die Art und Weise, wie wir hier oben damit umgehen. Veränderung ist Einstellungssache. Es ist persönliche Verantwortung, ein messerscharfer Fokus und eine große Portion der guten, alten, harten Arbeit. Das ist meine Erfahrung aus über 15 Jahren Change Management. Der Schlüssel für nachhaltige Veränderung, das sind niemals Techniken, Methoden oder temporäre Projekte. Die sind wichtig, keine Frage, aber entscheidend ist immer die Einstellung, das Mindset, die Attitüde bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Mit einer Unternehmenskultur, der Innovation, der Offenheit und des Muts zu neuen Wegen, schlägt jede noch so ausgetüftelte Strategie um Längen. Lassen Sie uns gemeinsam die Welt verändern. Einen Menschen nach dem anderen. Ich mache es einfach. Sie auch?